Die Imperialisten sind uns ausgeliefert. Wir haben 14 Panzerdivisionen an dieser Grenze. Und die Alliierten halten Sie mit nur drei Divisionen auf? Bei der Geschwindigkeit des Vormarsches unserer glorreichen Kampfroboter haben wir in 60 Tagen ganz Europa eingenommen. Mag sein, aber elf Monate hinter dem Zeitplan. Es ist für unsere Propaganda überaus wichtig, dass wir Berlin vor dem Geburtstag des Genossen Stalin erobern. Genosse Gradenko, haben Sie nicht berichtet, alle Waffenfabriken seien gesichert? Ich habe Sie persönlich inspiziert. Wie konnten dann die alliierten Schweine unsere Fabrik bei Sofrensk ausschalten? Unmöglich! Meine Sicherheitsvorkehrungen waren... Wirkungslos, wie wir befürchtet haben. Das war unsere wichtigste Fabrik. Werden wir jetzt überhaupt noch laut Plan vorankommen? Was ist mit Einstein? Verläuft seine Antriebsforschung immer noch nach dem Zeitplan? Nun? Ich... ich muss berichten, dass vor ein paar Stunden nun Einstein wurde gekidnet. Ich weiß. Wir holen ihn schon in diesem Moment gerade zurück. Gut. Sehr gut. Ich würde nur ungern einen so ergebenen Offizier wie Sie töten, Gradenko. Ich weiß nicht, wo Einstein ist. Noch nicht. Aber ich weiß, wer unsere Sache verraten hat. Wir haben die Datenkennung eines alliierten Infiltrators in Kyriagin geortet. Er muss schnellstmöglich deaktiviert werden. Auf nach Kyriagin mit Ihnen. Stöbern Sie ihn mit Ihren Suchhunden auf, bevor er noch mehr verraten kann. Ich weiß, was er hat sich nicht mehr verraten hat. Und ich weiß, was er hat uns nicht mehr verraten hat. Vielen Dank.